Hallo, hier ist der Zweikampfsofa. Ja, wir machen nochmal hier. Und wir fighten uns durch Rainbow Six Siege mit Stillen Rabbit. Hallöchen. Habe ich deine Einleitung gerade ein bisschen gecrasht, ne? Nein, überhaupt nicht. Kein Problem. Du, er crasht meine Einleitung andauernd. Mach ich gar nicht. Äh, äh. Siehst du? Aua. Glaub nicht. Oh, das macht Spaß. Ey, Alter, hörst du auf? Das ist nicht der gleiche Raum. Das stimmt. Das ist der andere Raum. Der andere Raum. Selbes Gebäude, nur anderer Raum, würde ich. Ja. Es ist der andere Raum. Es ist der Mörder im Café. Wann legt das Ding ab? Bitte? Äh, ich. Danke. Oh, meine Güte. Machst du noch so eine Wand hier hin? Hat jemand so eine mobile Wand? Ja, ja, warte. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Wir haben hier eine Menge Holzwände. Das ist euch klar, ne? Ja, ich arbeite da. Ja, ja. Ich glaub, links können die echt gut durchbrechen. Noch ein? So, aber schön dicht. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo sie jetzt gleich... So, wenn sie jetzt nicht das eine Fenster nehmen, ist die Geisel eigentlich relativ... Sicher. Welches? Welches eine Fenster? Ach, nee. Ach, nee. Also das hier meinst du? Okay, ja. Nee, kannst nicht durch, nee, nee. Nee, dann ist eigentlich... Nur hier durch das Fenster können... Das könnte auch noch passieren. Ah, und durch das... Äh... Ja, warte, warte, warte. Dann stellen wir hier hin. Und weg. Und da kommt noch einer. Mach auf. Und... Na? Kommt von oben, nee, ne? La, 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 la. Ey. Der geht nicht in Deckung, wenn ich ihm das sage. Das dauert Stunden, bis er sich hinhockt. Das ist mein Controller im Meer, so wo ich... Ja, genau. Das ist ein Controllerproblem, genau. Was weiß denn, ich kann auch so nicht richtig sein. Du, das ist wie, wenn man nicht schwimmen kann, dann ist es die Badehose. Ich drehe mich wieder um, ein Rabbit, und da steht einer direkt neben dir. Ich dachte, was macht der da? Ja, geil. Ich wollte gerade schießen, aber ich dachte, vielleicht willst du es selber machen. Ey, ich habe eigentlich aus dem Fenster geguckt. Ich habe mich nur umgedreht. Ey, ihr seid so geil. Ihr seid so geil. Oh, cool. Ich gucke hier aus dem Fenster, ich drehe mich wieder rum. Ich denke, was macht der? Ich war gerade im Reload, und ich dachte, keiner schießen hat. Dann habe ich ja noch einen Augenblick Zeit. Nein. 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 So, los geht's. So, wie kann man an den Fenstern immer gut gucken, ob da jemand... Genau, wenn da ein Seil kommt, kommt da auch bald Kopf zu sehen. Auch immer ein Kopf hinterher. Genau. Könntest du das Fenster machen, dann mache ich die Tür. Ja, Rabbit machst das Fenster und es lorgt quasi die Tür. Genau, ich mache das andere Fenster. Und wenn jetzt, das heißt, die kommen irgendwo anders. Durch die Decke können wir hier nicht, glaube ich. Nee, aber durch die Wände noch. Ich will es rumpeln. Ja, ich glaube, wir sind im Raum neben uns. Habt ihr es? Eieiei. Hat jemand in den Rücken geschossen? Nein. Doch, nein. Ganz deutlich ist nein. Deine Bewegung vorauszusehen ist aber auch nicht einfach. Ja, warum schießt du in meine Richtung überhaupt? Du sprichst mir aus der Seele. Ich dachte, weil da einer durch die Tür kam und du gerade so nach rechts rüber spielst. Ich habe alles und da kommt volle hier. Hallo. Was macht das Fenster? Oh, ja, hier ist auf jeden Fall ein Seil gerade vorbeigekommen. Ja, dann kommst du mal hinhalten. Nach unten so ein bisschen, dann kommt der gleich in den Kopf. Ein Schuss und weg. Schon weg. Weg operiert, genau. Wir haben das zweite Seil. Und weg ist er. Wunderbar. Sauber Geschichte. So bleiben wir auch. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr meine Hälfte nicht noch weiter abarbeiten würdet. Ich kann dir mal helfen. Ich kann dir mal helfen. Ich helfe dir mal weiter. Wirst du mich gleich killen, oder was? Komm, wir machen alle Ei. Ei, wir streicheln dich. Ihr seid so lieb. Guck mal, der Typ hängt hier immer in meinem Fenster drin. Das ist nicht geil. Der ruht sich da nur aus. Der ruht sich da nur aus. Okay, geht weiter, los. Genau. Ich werde gleich weg sein. Wenn mich einer nur trifft, bin ich hinüber. Sag Bescheid. Also ich schieße dich diesmal nicht ab. Ich versuche es. Super, das wird mir schon mal helfen. Oh ja, ich sehe gerade, wie sie unten rein stören. Okay. Kann schon abschieben. Also nee, mit der Schatty nicht. Aber sonst kannst du dich abnehmen. Nee, mit der Pistole geht das. Tja. Da kommen sie sich raus. Ich höre ja einiges. Da kommen sie bei einiges. Ich höre Stimmen. Hast du ein Radio in deinem Kopf, oder was? Ich höre einiges. Seltsame Geräusche. Also ich habe das Gefühl, wir sind im Raum neben uns. Aber vielleicht täuscht das auch. Ja, vielleicht britzeln die gerade weg, weil ich da ja so ein bisschen Strom gelegt habe. Ja, ruhig hier, ne? Au, siehst du? Einen Schuss, ich bin weg. Ich bin weg. Habt ihr ein Problem da drüben? Ja, ich liege hier rum. Kannst mich wiederbeleben? Wiederbeleben sieht anders aus. Wo bist denn du? Wo bist denn... Ja, warte, ich belebe dich wieder. Oh, ab dem Fenster. Okay. War ganz einfach, oder? Ah, du rennst mir aber auch immer vor der Knarre rum, meine Herren. Meine Herren. Du hast mich eben... Du hängst eben noch hier hinten rum, was soll ich? Ja, ich weiß. Aber ich bin da dann sofort wieder zurück auf meine Position. Da schießt wer. Da ist ein schön Typ. Ich schieße ihn doch tot. Ich schieße jetzt nicht auf, weil sonst schieße ich wieder einen von euch ab. Das kann nur der Snork sein. Ja, der tanzt da immer so vor der Tür rum, ne? Ja, so ein kleiner Tänzer ist das, ne? Genau, ja, ja. Grazil wie eine Ballerina. Genau. Oh, wie hast du das Tier mit dem Elefanten? Aber dann doch immer so frei. Mit dem in den Rüssel, weil ich sage. Das Tier mit dem Elefanten. Oh, Schildtyp, Schildtyp. Oh, geil. Darf ich auch schiefen, ne? Geiler Versprecher. Wie heißt das Tier mit dem Elefanten? Maus. Mach weg. Oh. Wie heißt das Tier mit dem Elefanten? Wie heißt das Tier mit dem Elefanten? Komm nicht drüber weg, ey. Mach doch mal die Tür hier zu. Kriegst du das hin? Ich bin, äh, alle. Nee, das geht gar nicht. Die kannst du nicht machen. Nee, geht nicht. Die Wand lässt sich nicht mehr schließen. Das ist jetzt vor allem war... Das ist jetzt ziemlich offen alles da. Ja, das zieht ein bisschen durch jetzt, ne? Ja. So, ich glaube, es steht jetzt auch los, Jungs. Meinst du? Ja, ich habe das irgendwie so im Urin manchmal. Ihh. Da würde ich jetzt mal Arzt gehen. Ja, ja, besser ist das. Gitt. Sind wir denn schon in der letzten Runde? Ja. Warum sind es nur elf? Lass es doch nur elf sein, mein Gott. Ich beschwere mich jetzt hier nicht. So, ich warte, bis sie die Tür aufmachen und hier um die Ecke kommen. Dann mache ich sie platt. Du schießt ja schon. Du wartest wieder, bis der Kopf zu sehen. Ja, aber mit Pampian ist echt leider... Ist echt leider so, dass ich nicht geteilt habe. Nee, und mit der Pistole auch nicht. Pass mal lieber auf deine rechte Seite auf. Nicht, dass da jemand wirklich die... Da ist ein Seil. Jawohl, gut gesehen. Atmer. Noch immer ein Atmer. Pass aus, ich schieße von hinten. Rabbit? Ja. Ich gucke mal mit durch und versuche mal, dich einfach... Oh. Der blaue Typ. Ich fasse es nicht. Aber ich habe den Rabbit gerettet, indem ich mich geopfert habe. Alter. Wieder mal sehr, sehr vorbildlich. Oh shit. Jetzt kommen sie aber aus zwei Seiten. Pass auf links, muss eventuell noch einer sein. Einer noch. Einfach um die Ecke, Rabbit. Dann müsste er da sein, der Gegner. Links, rechts, geradeaus. Ich würde mal sagen, das hat gepasst. Ich habe ihn wieder gefunden, den blauen. Ist das nicht schön? Ich muss nur einen nachgeben. Ja, sehr geil. Coole Runde. Auch ohne dich, aber... 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 Der aßt man wieder, ne? Du bist ja... Aber ich habe mich geopfert fürs Team. Das ist richtig. Vorbildlich. Vorbildlich. Du kriegst ja dadurch auch einen extra Orden. Moment. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles abschkeiend. Tschüss. Tschüss.